Ihr Lieben, er ist gekommen, um euch zu begleiten. Helmut Zerlund ist hier. Bravo! Das bedeutet, ihr werdet wieder mit einem neuen Lied in die Musikgeschichte eingehen. Helmut hat die Musik mitgebracht, wir brauchen natürlich noch einen Text. Ihr geht doch einfach schon mal in die Mitte. Und ich suche mir für eure große Ode, die ihr heute Abend geben wollt. Da brauche ich erst mal vier Begriffe, einfach Dinge, was kann einem Schlimmes so am Tag passieren. Stolpern! Zahnschmerzen nehme ich auch. Sehr richtig. Oh, er ist auch gut. Kondome ausgehen, natürlich. So, hier sind eure Begriffe. So sind sie verteilt und ich bitte auch, das einzuhalten. Gibt's auch ein Thema? Ja, es gibt jetzt dieses große Lied an die Pechvögel. Ihr singt für die Pechvögel. Ach. Du hast drei Ohren, vier Beine und bist auch nicht besonders hübsch, aber du und ich, wir stolpern durchs Leben durchs Leben. Zum Essen gab's frische Kerzen. Das ist nicht gut, ich hab Zahnschmerzen. Aua, 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 aua. So ein Pech. Uh-uh, aua, aua. Für dich, mein Schatz, ist mir nichts zu teuer. Ich wünschte, du stirbst in einem Feuer. Als ich dich das erste Mal gesehen hab, warst du betrunken Du konntest kaum noch stehen, noch stehen Und ich wünschte mir, heut wäre der besondere Tag Tag, 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 wo mir die Kondome hoffentlich ausgehen Wir sind Pechvögel, wir sind Pechvögel Aber das macht nichts, denn zusammen sind wir stark Versuche nie, einen Kricks wie Pär zu herzen Das gibt schnell, 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 schnell mal Zahnschmerzen Leider sind wir selber Pechvögel Denn alle Begriffe sind schon weg Und was wir ab jetzt singen, ist praktisch Dreck Dreck, Dreck, Dreck Biete mal nen Refrain an Er fängt jetzt gleich an Bitte Wir haben Pech und nie Glück Dafür sind wir heut vier Stück Wir haben Pech und nie Glück Dafür sind wir heut vier Stück Wir haben Pech und nie Glück Wir haben Pech und nie Glück Aber wir sind Vier Wir sind Vier Wir sind Vier Stür Well Games Grazie Ja, das ist das Naja Das ist glaube ich, wenn meine denken ist, am schönsten, aber ich glaube da kommt noch was. Da geht noch was Bis bald dysphotops Diddy Das war's schon wieder bei Freischnauze XXL. Ich bedanke mich für unseren gemissten Doppel und bei Dieter Nuhr, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns. Ich bin froh, meine Damen und Herren.